Ja, Hallihalloli, wir starten hier direkt ins Match zusammen mit Barlin auf jeden Fall, mit dem Sebi und mit meiner Wenigkeit. Sag doch mal, was geht hier, Freunde. Was haben die? Alter, zwischen den Beinen. Ja, ich sag mal so, einen dicken Schlung. Dann haben die zwischen den Beinen einen Propellerschlung. Das Ding ist ja, ihr macht das ja alle, also muss ich euch mal wieder zeigen, wie das geht. Oh, ja, hat ja super geklappt. Können wir schon mal einen werfen? Ja, flieg mal rüber, vielleicht fällst du ja. Ja, flieg mal, guck mal, wie weit du kommst. Nee, das war jetzt nicht so weit. Ja! Jawohl, come on jetzt, ich bin richtig heiß. Sebi hat ein Kleid an. Ist doch nicht so ein Tötöt? Sockeleid ist großartig. Wow, nein. Ei! Aber noch hat man ja Zeit. Wir haben viele Abwandlungen vom Hain. Es gibt, wenn was schiefläuft. Ei! Oder wenn du beim Eismann bist, ich hätte gerne ein Eis. Oder mit was hätten sie gerne als Beinlage? Reis! Oder was tut ihm weh, das Steißbein? Ich hatte sexy time, ja, sicher bin heiiss. Ich dachte, du weiiisssss, das. Das interessiert mich alles in Scheiiiisssss. Warte mal, wuff da jetzt. Ne, 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 ne. Das machen wir mal. Rüstig an hier. Alter, 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 mach mal fett. Ja, das Spiel ist ganz große Klasse. Es heißt Mount your friends. Und es ist einfach Rückkehr der Kreise schlong. Das macht eigentlich alles. Auf jeden Fall, ey. Äh, wo ist ein X hier? So, mach mal. Du kannst da jetzt. Ach, ich bin ja nicht unten, aber 28. Ach, Stress oder was? Mach mal nen Wurf jetzt. Ist das alles, was du drauf hast, oder was? Der Sinn, Magda, wir bauen uns quasi immer weiter nach rechts oder nach oben. Bis man nicht mehr weiterkommt, dann hat der gewonnen, der zuletzt da noch hingebaut hat. Du hast immer nur ne Minute Zeit und die Steuerung ist, also ich sag mal... Asozial. Ja, asozial. Asoziale Steuerung. Aber, das ist großartig, so bescheuert, wie das aussieht, das ist richtig großartig. Der macht so einen scheiß Spaß. Ja, das ist der Wahnsinn. Also, wenn man es raus hat und dann... Ihr werdet sehen, wir werden gleich mal so richtig rumfliegen. Das ist einfach königlich. Ja, bumm. Oh, schön. Aha, kann man mal machen. Ja, ging doch. Ich muss sagen, ey, Bio, Arc sieht mega geil aus. Deshalb finde ich das Spiel interessant. Die Frage ist, Bio, du kannst das doch einschätzen. Du hast ja noch ein bisschen gespielt. Ist das... Wie komplex ist denn das? Weil ich weiß, glaube ich, wo wir streamen und, äh... Also, ich bin ja, ich bin ja tendenziell, wenn ich streamen und gerne spiele, bei denen man das Gehirn komplett ausschalten kann, ne? Muss. Ist, äh, glaube ich, das richtig gut. Oh, lecker, Barlin. Guck mal, habt ihr das gesehen? Der Barlin macht da richtig Action. Fuck, es war ein Robber. Boah. Achtung, da muss ich jetzt nochmal zeigen, was hier los ist, oder wie? Oh, das läuft alles nicht so, wie ich mir das dachte. Hallo. Oh, schön angesetzt jetzt. Ja, nee. Jetzt aber! Oh, sexy time jetzt, oder was? Hoppala, hoppala. Komm, Schätzelein. Aber sie redet nicht so viel, wenn er konzentriert ist. Der ist, der ist highly konzentriert, auf jeden Fall. Man hört ihn zwischendurch immer nochmal so, ah, 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 jetzt zünd' mal heim, zünd' mal heim! Geräusch-Technisch bist du schon bis jetzt das härteste, was ich hier erlebt habe. Das kann bis jetzt noch keiner schlagen. Hopp! Er hat so ruhig nochmal einen werfen können. So weit sind wir noch nicht. Also, so, so. Obwohl, wir sind schon bei zehn. Jo. Ja, wer zu dritt geht, hat ja auch Flotter, finde ich, ne? Also, du hast es so gefühlt. Diese schönen FAB-Geräusche, ja. FSK 18. Sollte es sein, aber ist es nicht. Ne, ich muss nicht. Weil jeder zwölfjähriger Junge weiß, ob was ein Schlung ist, oder? Ne, die haben noch nie so was gesehen. Guck dir da dann! Guck dir da dann! Balina, lecker, Digga! Ja, da ist er wieder unterwegs hier, oder? Ja, ja, ich merke schon. Ah, ah, ah! Also, ich empfehle dir Folgendes. Mach mal einen Schwung jetzt. Mach mal einen Augenblick jetzt. Warte mal! Trau dich! Mach doch mal den Arm hier gerade, Otto. Ich will jetzt nicht unten, aber 20. Weißt du, da ist das schon wieder, weil du mir am Sack hättest. Ah, Balina! Ich brauche echt ein Gamepad, wo X und Start nicht so weit verneinander sind. Geil, ey. Herrlich. Dann geht er jetzt schon wieder los. Ja, ist okay. Ich geh davon ab, also ich hab'n Borat-Anzug an gerade. Einfach, ne? Da du auch ein bisschen Feeling für das Spiel hast. Ja, mit Karate-Kit-Pose in den Abgrund springen ist halt super. Das ist halt richtig ganz weit vorne, ne? Also, der Weg des Kriegers und so. Will ich da mal festhalten jetzt! Mann! Ja, Epileppi aber happy oder was machst du da? Ja, das ist ja auch so. Juuu! Hast du gesehen? Die ähnliche Pose! Aber ich hab' nicht losgelassen! Warte mal, hör mal. Ich hab' grad bei TeamSpeak gesehen, der dein Punkt leuchtet, aber gehört hab' ich nur... Bippa 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 bippa... Oh, herrlich, ey. Hast du dich direkt wieder verabschiedet? Ja, du griffst gleich. Du griffst gleich... Du griffst gleich mal mal eine richtige Einigung, würde ich sagen. Aaaaahhhh. Ist halt kostlich. so auf den Schreck erst mal ein Bonbon ein Bonbon, was hast du denn Bonbon? ich hab, wer ist denn hier Dinger? Kalisch-Kaubonbons mal zum Kauen? na klar! und was sind die denn für'n Geschmack? Kirsche, Erdbeer Limone, Zitrone und hier Wehre aber Erdbeer sind die geilchen Erdbeer? oh P Initially, ich hörd dich ständig Aaaaaaaaaaaaaahahahahaaaa Das hör'n man nicht Aaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaah ohh HALT Junge dai Das war aber heiß, ey. Da bist du kurz mal RIPHEAD von User und so. Und Magda, tu dir den Spaß an, das kostet, wie gesagt, 5 Euro. Da kannst du, glaub ich, für einen Zehner direkt für vier Leute, ne? Dann kannst du direkt, schmeißt du mit drei Kumpeln zusammen. Stimmt, kann man so ein Package-Deal machen, ne? Ja, und dann kannst du nämlich, das ist zu viert, also da gehst du kaputt bei dem Spiel, ehrlich. Das war in der Tat sehr, sehr knapp. Kann man nicht anders sagen. Juhu hat lecker Salos Xtreme, die sind auch lecker, was dat denn? Ey, Grumpy ist auch wieder am Start, schlong-dongel-ding-dong. Sind Salos nicht diese Lakritz-Gong-Dongs? Die Schwanken-Dinger da? Ja, lecker, diese Rauten. Sind die dat? Ich weiß dat, ne. Ich mein dat sind so runde Dinger, ich weiß dat nicht genau. Ne, dat... Ne, der redet wirklich so. Genau, also, das ist, äh... Was? Bei dem Spiel macht Benni Geräusche, da mein, also da mein ich auch manchmal, ein Mikrofon ist kaputt, aber der hört sich wirklich so an dann, also das... Schaah! Oh, scheiße. Ja, hör mal. Ganz weit vorne. Boah, also, das war schlecht jetzt. Das war... Shit, ey. Was machst du da? Weiß der, glaub ich, auch noch nicht so genau. Oh, der war halt so weit, der ging so. So, Freunde! Langsam war der Movement hier. Oh, Sabata! Ja, da war nämlich Dua Die Time und da musste ich halt doen. Also, ich heiße Barlin. Der heißt Pinkelbernd. Ich bin der... Aber ihr heißen beide Benni halt. Ja, das schon. Also, beide Benjamin. Auch noch. Wenn du wenigstens Benedikt wärst, aber es ist ja auch noch beide, ne? Benedikt oder was? Welche Mutter hat ihr Sohn nennt Benedikt? Kannst du ja direkt Fritz nennen. Warum habt ihr euren Sohn nennt Benedikt genannt? Wir wollten ihm zeigen, dass er kein Wunschkind war. Au. Oh. Dean Lashi ist auf jeden Fall gerade kaputt. Das ist auf jeden Fall ein mega geiles Game. Im Finale übrigens, weil Barlin hat ja den Karate Kid... Hallo! Barlin hat nen Karate Kid in den Abgrund gemacht. Ähm, sind jetzt Sebi und ich... Warte mal, wie ging das noch? So? Dann... Oh, okay. Hatte ich mir jetzt geiler vorgestellt. Mach den Arm da dran. Hast du größeren Hebel. Ach, scheiße. Ja. Jetzt ist grad bei mir der Wurm drin. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaff jetzt. Du hast nicht mal am PC? Bist du ein Handy-Gucker oder was? Hallo Trap, wie war das denn schon wieder? Jetzt bitte ich dich, Freundchen. Mach mal auf. Barlin hat wieder verkackt. Das ist wohl korrekt. Hallo. Ich hab mich geopfert. Hier, Bushido. Der Weg des Kriegers. Und so, weißt du? So, pass mal auf. Jetzt... Ich hab noch 20 Kunden. Jetzt muss ich mal... Oh, nein! Zurück den Knaller! Nein! Nein! Oh! Hast du ein Glück. Eiii! Weißt du, das Glück ist mit den Doofen. Da ist schon was dran an dem Spruch. Eiii! Weiß ich nicht, ob da was dran ist. Kann ich nicht... Kann ich... Müsste ich nackt sehen. Oh! Was? Der hatte mal... Der hatte mal Speed jetzt. Der hatte Karacho, ey. Der war mal nicht schlecht. Der hatte aber richtig Karacho. Junge. Ja, das gibt aber jetzt Abzug in der B-Note. Jaja, das war also... Barlin, das Opfer hat sich geopfert. Boah, Freunde. Also, ich glaub, ich muss hier mal mein Death Note anfangen, oder was? Bitte? Aber guck mal, so gut wie er angefangen hat, so langsam ist er jetzt. Na, Juri. Ja, bisschen Abzug in der B-Note. Äh... Bei Steam, Dean. Der dreimt sich. Hehehe. Njup! Njup! Ah... Pfff! Pfff! Aiii! Der wink da. Aaaaah! Ne. Was für das denn? Ja, Durchfall würde ich sagen. Hoaaaaah! Come on! Dreck! Ganz weit vorne, Bernd. Ganz weit vorne. Das ist doch alles Dreck hier. Nimm den Arm runter! Jetzt sind! Du brauchst ein bisschen, äh... Bisschen Wind untenrum, glaub ich. Hörma! Ich will ja nicht hetzen, ne? 15. 15. Jetzt hast du noch 10. Pfff! Wird keinen Stress machen, jetzt, ne? 8 Sekunden noch. 7. Come on! Come on! Oh, ganz dünn. Ganz dünn. Ah, wir sind schon bei 20, ey! Ah! Ja, das Spiel kostet 4,99 bei Steam. Mount your friends heißt es. Das ist so affig, RappiCat. Das ist so... Ganz genau so affig. Den Wurf kriegst du gut hin, ey. Da bin ich irgendwie... Häng ich immer noch hinterher, was das angeht. Ach so! Jetzt macht er hier den Oktopus, oder was? Spiderschwein, Spiderschwein. Ich glaub, der hämmert einfach auf die Knöpfe. Na ma! Hör auf! Stopp! Einspruch! Ey! Jetzt packt er aus, ne? Hat die ganze Zeit halt so hier auf Larifari gemacht. Ist irgendwie. Jetzt zündet er. Ein nach dem nächsten. Okay. Wobei, so viel... Langsamer war ich jetzt auch nicht. Nee, 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 das stimmt. Ja, muss ich mich jetzt mal völlig konzentrieren hier. Ja, fängt gut an. Wirf doch mal jetzt ein! Ja, ja, für den Anfang ging. MAH! Da geht wieder los. Fühlt ihr die Kraft, die der braucht? Das ist richtig anstrengend. MAH! Macht dann die Hand! So. Nein! Andere Richtung. Jetzt muss ich jetzt... Ein bisschen beeilen muss ich mich jetzt. Keine Panik, ne? Ja, aber... Ich bin ja schon da. Pfff! Jungs! Ja, ja, ja. Hi, Lissi! Boah, erstmal ein Trinken auf den Schock hier. Wir waren jetzt nicht so weit. Ja, geht besser. Aber ich krieg da gerade auch nichts gebacken. Insofern ist das schon alles in Ordnung so. Ich würd sagen, wir müssen gleich mal einen da oben machen wieder. Ja, ja. Mit Hindernisse aber. Ist mir egal. Ja. Na, 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 na. Wird nix. Ich sag, wird nix. Na. Na! Ich finde ja die grinsende Fresse da von dem Viecher verboten war. Ich bin hier unten 20, ne? 15. Hilft das, wenn ich zähle? 13. Magda, das macht richtig Aggro. Also, das ein oder andere Gamepad ist schon durchgebissen, glaube ich. Ja. Oder an die Wand gescheppert. Ja. Deswegen habe ich nur noch welche mit Kabel, weil die Wireless-Dinger, die kommen halt nicht mehr zurück. Das ist blöd. Kacke hier so ein... Oh, jetzt geht's los hier. Mal abwarten. Ich habe auf jeden Fall die Faxen gestrichen, Dick! Nee, das gefällt mir so nicht. Aber jetzt von hier mal. Ein Rüberwerfender! Ich will ja nicht hetzen, ne? Was habe ich noch? Ui. 15. Ah, nein! Wir sind bei 24, was ist das höchste? 29 hatten wir schon. Was hatten wir? 26 oder so, ne? Ne, 29 hatten wir nach rechts. Das war das Härteste. Da hast du auch gewonnen, glaube ich, ne? Boah, weiß ich gar nicht. Ja, du bist am Ende, hast du zu viel gewollt, glaube ich, bist drüber gesprungen. Kann das sein. So ein Quark. Ja, da strampelt er um sein Leben. Also... Dann kann man so machen, aber dann ist halt schade. das jetzt nicht so nach rechts weiß denn er ist da wo der daumen ist links da ist falsch rechts der daumen rechts nein nein da ist er sie ja da wollte er zufrieden ja aber irgendwie gg marlin auch tightest game hat wieder bock gemacht